Jetzt sind wir im Wachter lang. Der lag. Was ist das anyway? Das ist der schlechte Kamera. Wir wollten nichts von dem gesehen. Wir wollten nichts von dem gesehen. Wuhu! Wir haben irgendwie den Vorteil. So, einscheiß. Ihr habt doch jetzt auch einen schlechten Spawnpunkt durch. Ja, das haben wir oft schon einen schlechten Spawnpunkt. Pass mal ab, Kamera. Pass mal ab, Kamera. Ja, pass mal ab, dass ich schon einen schlechten Spawnpunkt hatte. Was denn noch? Das kannst du gar nicht vorstellen. Ich bin der Mann mit den schlechten Spawnpoints. Was denn noch? Ja, ey. Ich sehe das da schon voll rein. Wohin, da hinten ist die Pfanne. Wohin, da hinten ist die Pfanne. Wohin, da hinten ist die Pfanne. Schaut sie auch so. Oh, nice. Da war der da. Da sieht's doch nicht. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt hat er natürlich die PA in der Hände. Ja, die PA in der Hände. Ich hab immer noch... Immer noch die Bichse in der Hände. Du hast alles in der Hände. Ich hab bloß nicht den Scheißding. Und die hätte ich nicht gemacht. Ich hab seinen Grippel in der Hände gehackt. Wir haben einen Grippel in der Hände gehackt. Wo? Seht ihr nicht? Jetzt kommen noch Leute. Ja, jetzt steht jetzt oben runter. Jetzt habt ihr euch den Gruppen ab. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist der Bichse. 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 Da oben ist noch einer. Überall. Besser von mir. Besser, 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 besser. Du hast doch gesehen, dass ich jetzt durch die Bichse bin, oder? Du? Ja, aber du hast mich trotzdem erwischt. Nein, hab ich nicht zu groß. Also ich war, ähm... Du hast mich zwar dann auf einmal gekehlt, aber du hast... Was? Du hast mir ja nicht jetzt bloß noch so laut. Ja, weil alles versteht. Ja? Ja? Gut. Äh, warte mal. Mit dir ist da was? Irgendwo hab ich da oder was? Irgendwas stammt da umeinander. Das bin ich. Jetzt ist der Zeit oder ist der allein? Der ist allein. Ja, du... Ah, um, um, um. Schwert. Ja, es kann nicht herkommen. Bleib schlecht. Jawohl. Ich soll schnell bleiben. Nein, du sollst nicht schnell bleiben. Das... Das war frei. Sollten wir mal einer krank so abdrücken. Da kommst du gar nicht. Was hast du? Nein, doch nicht. Das warst du. Hast du jetzt mein Bier abgenommen? Fix dich. Ich hab mein Bier abgeholt. Das ist ein Dach. Da ist einer. 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 Oh, nein. Oder sei noch ein Bayern schwert. Du sagst mir jetzt okay. Das ist ein Bluts. Das ist ein Blutswerte. Der hat sich hin, oder das ist fertig da haben? Ja, der boll, das geht nicht linkein. Ach, da ist ja kein Sagt doch mal, was ist denn das hier? Was ist denn das? Ja, der ist vorhin hinter uns! Ja, aber hinter beiden! Der Hütter hat mich schwerer gesehen, er hat fünf Kürze schon! Links von uns, eine, zwei! Soll doch! Ja, ich war jetzt ein guter Tor schon mal, ich bin nicht mehr 60 gegangen! Hey, tu, mach mal den Schirm! Irgendwie hab ich den Schirm aber nicht getroffen! Wolle keine draufkalt, aber nicht getroffen! Schieß halt einfach, schieß halt einfach! Was? Schieß halt einfach! Ja, ich hab doch geschossen und hab ihn auch nicht getroffen, weil er ihn da auch haben wollte! Oh, oh! Aber ich hab ihn anscheinend auch nicht getroffen! Der Sniper! Aber das ist schon nur noch ein Sniper! Der Sniper! Der ist ein Sniper! Der ist ein Sniper! Einer tot! Hast du alle zwei? Einer tot! Hast du alle zwei? Nein! Ja! Wo ist denn der, ist der unten oder was? Keine Ahnung mehr, der hat sich irgendwie vorbeigemobelt! Ist der Mogel? Wenn das Wasser in der Mitte bewegt, ist das seltsam! Wo wie? So affelig! Äh, mitteliger Einer! Oben rum! Na, der ist wieder passend! Na, der ist wieder passend! Na, 2.000! Na, der ist wieder passend! Na, der ist wieder passend! Dann ist alles doppelt! Dann schaffst du wieder wieder! Okay! Man, ich fahrte bis das Schild ablaufen, Leute! Ja! Au! Und dann springe ich voll in die Geraden! Das geht's nicht! Olle Möhre! Olle Möhre! Olle Möhre! Ah! Nein! 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 Ah, oben wird auch nichts mehr! Aber Schwert! Ja, aber Schwert, oder? Aber nichts mehr! Sonst ist doch nichts mehr! Sonst ist doch nichts! Also Schwert! Ich wollte dir Schwert geben, das sage, Leute! Du weißt! Ja, weil ich dir über Schwert entspricht! Ja, weil ich dir über Schwert entspricht! Ja! Ja! Kommt! Was hat's denn? Ja! Wo heißt's tot? Wo heißt's tot? Stopp! Nice! Ha! Wie okay sind Sie denn? Ja! Es war auch kein Stopp! Nein, es war kein Stopp! Ich hab ja auch kein Stopp gehabt! Ich weiß noch nicht! Wo stand jetzt hier? Oben! Bitte! Ja! Du musst nicht in Stuttgart! Ja, kaum! Ah, verdammt! Sniper, Camper, Noob, Wichser! Taktisch gewartet! Beide, beide, beide! Alle zwei Sniper! Ja, das... Hältst du mir noch vor so einem Kinn oder war die nicht so aussegert? Ich? Ja! Wenn ich's wusste, hätte ich das können, ja! Dem ist dann! Haha! Sorry! Wenn ihr euch was könnt! Hältst du nicht? Hältst du nicht? Hältst du nicht? Nein, das hat man geflogen! He más! Ja, das ist das nicht! Aber das ist da... Und... Wenn er dann schon... Wenn das Schwert in mir ist. Ich schau ja nicht immer auf 100% Bildschirm. Du hast es schon. Ja, weil es das selbe ist. Was tut mir? Gut! Da kommt er nach unten. Ja, Sniper und Schwerten. Ich muss jetzt. Du hast nichts mehr. Du kommst jetzt zu mir. Ich komm jetzt zu mir! Und du Schwert in dem Sniper? Ja. Ja, eine der Sniper. Und die Augen. Und... Bitte! Bitte! Innen drin, unter los. Oh, der von mir! Finch, der voll von mir! Ist der tot? Ja, der hat noch. Ich schlug von mir. Ja, ich glaube, ich wollte deine Schwerten. Pass auf, pass auf, pass auf. Du sagst, du bist froh von uns! Mach es tot! Mach ich! Ich schlug hier das ganze Stück. Ich schlug! Ich wollte, ich wäre ein Stückchen. Ganz normal bin ich schlecht. Schaut, dass ich hier gleich machen muss, ob ich allein kommst. Ich hör mal fest, wenn du den links rutschst. Er rutscht. Er rutscht. Er rutscht. Aber dann sagst du das zu mir, wenn ich unter Vollbeschuss stelle? Was? Ja. Was? Soll ich irrsinnige Sachen? Und der Vollbeschuss zeigt, der links sich begeben. Da liegt aber was. Er sagt, über uns sind es. Ja. Ich hab gesehen, dass wir unten liegen. Ja, jetzt bin ich aber eingefallen, Idiot. Idiot. Jetzt hat er getroffen. Lasch. Oben. Aber getroffen. Ja. Wo? 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 Wo ist der nächste? Wo? Wo? Wo ist der nächste? Wo? Wo ist der? Der ist hinter mir alles. Von rechts rum. Von Gebäude. Steht der da oben? Der kommt Mitte. Ja. Und von links ist auch einer. Der kommt hinten. Der kommt hinten. Wo? Was ist der hier? Der oben. Der hier ist der unten. Das hier ist alles inge bowelt. Abhauen. Das es guck mal. Es gibt einen, was soll ich denn noch ausdrucken? cold 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 aus, hot hepat Warum ist da einer? Immer noch? Vor allem. Kommt noch mal, ich hasse dich das. Guck mal, das ist ein... Soflauui! Nächster, der Jockey-Hilfe. Irgendwär ich doch nicht. Er hat Ladehemmungen gehabt. Das Schwert hat euch keine Ladehemmungen. Da liegt noch ein Schrot, wenn es das so ist. Wo? Der, was schönes liegt. Wo ist das noch? Der war, oder? Gut. Soll ich mir mal nachfüllen? Fühle mich! Zum Endsieg! Von rechts ist frei. Jetzt sollte ich eher nach links schauen, oder? Ist da was schopft? Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch... Hörer gel, mir... Hörer gel. Hörer gel! Der war schon wieder da unten. Da, oder? Hörer gel. Das kam mir hin. Ich hab doch explodiert meine Garten wieder in der Luft, auf mystische Art und Weise! Ich weiß nicht. Wie du so alt und weiß das Airball? FIX! Naja, ist uns fast nicht zu können. Wenn ich einen Slim Jim habe, ist es dann ein anderer. Das war das Problem. Ich weiß ja noch fast nicht zu können. Lock ihn her! Ich schaff's nicht. Ich hab zwar keine Rebiner und schieß viel länger auf ihn, aber er schafft trotzdem mit irgendwelchen einfachen Mitteln. Mit den einfachsten Mitteln. Mit den einfachsten Mitteln. FIX! Ein bisschen zu reingwürfen. Wo? Ja, irgendwann dahinten schneller schafft. Boah, Lucky Grinder. Der steht nicht mehr. FIX! Äh, linke Seite über der Basis ist es einfach noch. Also, ich hab's. Ja, er ist unten, oder? Osten ist auf jeden Fall einer. Ja, der ist schon geschlossen. Es sind doch zwei Leute, oder? Wahrscheinlich auch. Und innen der FRAGTIVE FIX! Ein schöner Du gekriegt. Da oben ist irgendwo der andere oben. Ah! Das? Nein, zwei Stück. Beide! Beide! So! Hey, er! Das geht's! Warum schau ich sie nicht noch mal? Jawohl, gut. Oh doch, Max, ist gut. Wo ist denn die scheiß Schrot? Was? Das geht in der Büdiepie. Aua! Da ist mir in dem Fall nichts. Rechts. Was kommt? Aua! Ja. Der kommt hinter mir. Warum sagst du da nichts? Ich hätte mir das vor mir anerstellt. Lektor noch einer? Du bist das für mich. Ich bin bei euch, oder? Beide. Ja, super, Sniper. Hau! 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 Noch links! Noch rechts! Rechts stehen sie ja nicht. Ja, ja. Die Mitte ist auch einer. Oder nicht. Ah, kommt gerade. Da kommt einer bei mir. Stopp. Der wird gestuckt. Verdammt. Das gibt's nicht. Vorsicht, Sniper ist auch noch da. Schleller zur Mitte. Dann fallen. Ja, ich bin natürlich wieder auf der anderen Seite gesprungen. Da soll ich auch in den Hälften kommen? Ich bin auch einer. Ja, übertauschen. Noch zu schwer. Woa! Der andere ist wieder da. Mit dem Karabiner. Ist der rein? Nichts vorbei. Au! Sehr gut. Aua! Aber der andere ist wieder da. Der Spoiler hat mich geschlagen, glaube ich. Das war eine Granate. Ach, das war eine Granate. Ich bin immer noch weg. Ich denke. Brot. Brotal! Und hinter mir! Und hinter mir! Und hinter mir! Ich schaff's nicht. Mh! Mh! Häh! Im Nachkampf und mit Lady Sansons wären einfach scheiße! Und bei Basis ist auch gerne am Geschütz, dass wir in der Zwischenzeit nicht machen. Oh, da ist Mitte und das Limchip, denke ich, sniper. Oh, da ist Mitte. Oh, ich glaube auf beiden Seiten, Mann. Ja, aber nix. Unten waren wir. Aber da ist schon wieder ein wenig nach hinten drin. Wachen Sie mal. Nein, Simon habe ich nicht abbrechen müssen. Verdammt, da war ja der Krieg mit der Zweite, warum sagst du mir nix? Ja, du hast gesagt, ich habe abbrechen müssen. Ja, schon, ich habe ja gewusst, dass er noch voll hat, aber wenn der Simon... Ja, der hat nicht voll gehabt. Ja, voll? Ja, aber es waren ja dann zwei, aber... Ich weiß nicht, warum, dass du allerweilen einen Sturm machen musst. Ja, wenn nur einer da ist und die Schwert hat, dann habe ich das halt. Ja, weiß doch ich nicht, dass du Schwert hast. Ich habe Schwert und P.H. und ich habe... Das ist aber toll, da liegt ein Sniper. Ja, ich bin eigentlich P.H. Warte mal, ich bin da wieder rein. Komm, 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 komm. Uh, lecker! Ja, danke. Okay. So geil. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Es gibt's nicht! Da ist ein Schwert, ja, denn du... Ich... Bei einer oder anderen? Sehen oder so? Ich weiß nicht. Hat er es erwartet, oder? Da bin ich gleich vor mir stehen. Ja, ich... Ja, ich... Bei der Bahnhof. Ja, ja, ja. Bei mir. Aua, hüllt den jetzt auch, ja? Wuhu! So, wie hat er geklappt? Man muss das Schwert beschränken. Ja, von der Tiebe. 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 Von der Praxis. Leider beschränken. Ein. Onten. Zwei oben. Ein. Von der Mitte. Von der Tiebe. Und die Tür nicht. Na, na, na. Ja, oben! Die Basis. In dem Aufkommen. Links! Weiter links! Naja, ich hab dann... Da habe ich ihn gesehen. Was hast du jetzt nicht geschossen? Du hast aber vor irgendwie geguckt. Nein... Ich hab geschossen, aber dann hat's dick gemacht. Und da hat's... Gesund! Was kriegt man? Wie gut ist das jetzt? Mit einem hohen Punkt Entschuldigung, aber direkt noch Ja, ich hab mir nicht beglaubt, man hat zwei Waffen Mensch, bau sie ja aus Und dann wollt ihr nicht schießen, weil sonst bin ich wieder der Teufel wenn ich die gehölt hätte Ich kann nicht mehr aus Lass Was ist das denn? Da hat sie nicht Wo war ich glaube ich komm da? Weiter, weiter Ja, keine Garnate Das gibt's ja auf einmal Da rennt aber Handwärtswürde Ich schaff's nicht Ich weiß nicht, du weißt schon, dass du uns voll bieten Ja, ich weiß Was? Ist das nicht da? Nee, ich hab das... Ah, ein Mönch! Charot links, bei mir Was ist da? Trot Last Frag Wer ist da unten? Das sind ja beide, oder? Oh, das ist oben, alles oben Unten Kommt tot Was ist da? Stürb Wichser! Versuchst du die Schrauben mal hinter uns hinter uns Ich kann ja Garnaten Nein, das ist doch besser Falsche Alarm, Falsche Alarm Haha Also links scheint ziemlich klar zu sein Basis oben beide Was ist das? Nein Jawohl! Sehr gut! Die Schrauben kommt da rein Ich wollte ja die Stanz nachziehen Da hat er irgendwie angehört Dann bin ich da drüber gegangen Das kann raus sein Äh, rechts kommt da rein Ja, 3 Schuss sicher Ich glaube rechts kommt da rein Das ist auf links Und dann auf rechts Warte, nein Ich muss ja wissen, dass es von mir andersrum ist Mann, komm mal! Wie, ey! Von rechts nach rechts Zwei Stück einer in der Mitte Mittlere, das ist ganz einfach eine Fähne-Distance Oh, du Zweiber! Leck mich der Arsch! Und dann meine Fähne geht der Alarm mit Jetzt muss ich gehen Tschüss Tschüss, Gön Jetzt hast du mir ganz schön gesagt Weil du bist nämlich die wenigsten Kölz Gesaugt Gesaugt, oder? Ja, gesaugt Ich bin ja gesaugt Ich bin ja auch von der Sack Oh, was hast du alles für? Oh, was hast du alles für? Mmh Null selbst mal Ok Um, Tack, wo bist du, die Serie? Aber längstes Leben ist lediglich 14 Handys Nicht schlecht Weißt du Bescheid Jetzt wird mal, wie cool ist das noch mal? 20? 29 Ok, was? Nein? Nein, machen wir nochmal her Hast du 29 cool ist? Ok 29, das hast du ja 20 über dein Handy Das ist eine relativ gute Quote Stimmt eigentlich so, gerade relativ gute Quote Das ist eine saugute Quote Deswegen ist dein Treffer im Prozent auch ziemlich hoch Weil ich meistens B.A. oder Sniper Quote Ja, freu ich Ist ja auch schon B.A. Sniper oder Karabiner Ja, die eigenen Karabiner Leck mich am Arsch Fast jeder Ist das Treffer im Prozent? Du hast quasi 822 Schüsse Davor haben Ungefähr 400 Troffen Du hast 14 Kopftreffer Erzieh Nein 300 398 Troffen Na gut, aber jetzt Sollte auch Headys die nicht töten Ich glaub nicht Wasi? Hä? Sollte auch Headys die nicht töten Bei Kopftreffer Ne Bloß die zum Tone führen Ja, aber halt einfach Gib mir die auch noch wieder Piss dort Äh Ich Bin kurz mal weg Für eineinhalb Minuten Was ist noch? Die Küche Zeit läuft Ok Da ist schon wieder was Essen Das war jetzt das 18 Ausgeschaltet Fahrner Na 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 vocês Na Na Das ist 3, 4, 6. Das ist 3, 4, 6. Das ist 3, 4, 6. Was ist das? Das ist keine Ahnung. Was? Machen wir die Zupfnose öffnen. Das ist auch gut. Das wäre Wasser truffen. Das ist keine Ahnung.